Ja, ein Thema, das beschäftigt uns noch immer, es ist Corona. Auch wenn vor ein paar Wochen ja das ein oder andere Land in Deutschland, das ein oder andere Bundesland gesagt hat, die Isolationspflicht wird aufgehoben, müssen wir dennoch mit dem Virus leben, denn das Virus lebt weiter. Wie wäre es, wenn wir so einen Corona-Test vielleicht online und verifiziert durchführen könnten? Das wäre ja vielleicht für Arbeitnehmer und auch für Arbeitgeber ein richtiger Game Changer. Ja, und diese Lösung, die gibt es, die wird uns jetzt auch ein wenig näher präsentiert. Sie heißt Free2Go, ein Startup-Projekt der Universität Potsdam. Die CEOs, das sind Leo Radloff und Matthias Weingärtner. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie jetzt hier auf der Bühne begrüßen darf von NextSolution 2.0. Wir freuen uns sehr, jetzt zu erfahren, wie wir vielleicht die Corona-Infektionen eindämmen können mit den Tests, die ihr auf den Markt bringt. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Mein Name ist Matthias. Ich bin Student der Rechtswissenschaft an der Uni Potsdam. Und wir freuen uns wirklich, dass so viele heute da sind. Wir haben ein paar Ankündigungen, die wir sehr, sehr gerne Ihnen heute mitbringen. Als nächstes möchte ich Sie erst mal gerne zurück auf eine Zeitreise nehmen, nämlich in das Jahr 2020. Ich bin mir sehr sicher, Sie erinnern sich alle, wir standen vor großen Herausforderungen. Bibliotheken waren geschlossen, Cafés waren geschlossen und wir hatten wirklich Probleme, uns zu treffen, gerade auch im Studium. Und deswegen hatten wir uns dann gemeinsam, mein Kommilitonen und ich, in einem Coworking-Space eingemietet, um dort eben lernen und diskutieren zu können. Und hatten dort uns auch jeweils immer getestet. Und wir hatten die Verantwortung eben uns gegenseitig gegenüber und hatten dann eben die Schnelltests gemacht, die eben dort auf den Markt kamen. Coworking-Space deswegen auch, weil wir eben viel diskutieren mussten. Und ich kann mich sicher erinnern, Sie waren auch alle zu Hause gesessen und hatten wirklich die Decke mittlerweile fast auf dem Kopf. Und von daher war das eine schöne Abwechslung von uns. Nachdem wir uns aber getestet hatten, hatten wir uns sehr oft gefragt, Mensch, geht das nicht smarter? Wir hatten unser ganzes Arbeitsleben, unser Bildungsleben umgestellt auf den digitalen Raum, aber zum Testen mussten wir immer noch wieder raus aus dem Haus. Und dann, wenn es dann doch sogar ein positiver Test war, dann zurück mit der S-Bahn nach Hause. Das war so irgendwie nicht ganz, was wir uns vorgestellt haben. Und deswegen haben wir eben die Free-to-Go-App entwickelt und damit den ersten digitalen Corona-Test. In einer ersten Pilotphase gemeinsam mit der Landeshauptstadt Potsdam konnten wir bereits schon 12.000 Testungen durchführen und eben Menschen ermöglichen, Tests durchzuführen, ohne das Haus zu verlassen und damit auch wirklich Infektionsketten unterbrechen. Das Schöne auch daran, das war das, was wir von der Landeshauptstadt Potsdam eben auch mitbekommen haben, wir konnten Personen verifizieren. Das heißt, wir hatten Telefonnummern, die verifiziert waren, die Personaldaten und natürlich auch Kontaktadressen, sodass auch wirklich Infektionsketten sehr schnell und effektiv unterbrochen werden konnten. Jetzt aber genau in den aktuellen Zeiten, in denen wir auch stecken, gibt es eben weitere Infektionsherde, wie zum Beispiel die Grippe, die jetzt wieder auf dem Vormarsch ist. Wir hatten es heute, glaube ich, im Tagesspiegel auch, die Grippe ist viel, viel früher da, als wir es eigentlich gewohnt sind und wie wir es eigentlich auch kennen. Wenn wir aber an Produkten arbeiten, und das ist das neue Projekt, das wir Ihnen jetzt gerne vorstellen möchten, haben wir immer drei Kernaspekte im Blick. Erstens, es muss eine einfache Nutzbarkeit sein. Das heißt, es muss für jeden einfach zu benutzen sein, von der ersten Einrichtung bis zur täglichen Verwendung. Das zweite, Sicherheit und Datenschutz. Gerade das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für viele Patientinnen, dass sie selbst entscheiden können, wie mit ihren Daten umgegangen wird und vor allem auch, welche Daten sie angeben. Und als drittes, Niederschwelligkeit. Es muss für viele Personen wirklich nutzbar sein, es muss barrierefrei sein, es muss in verschiedenen Sprachen verfügbar sein. Und da erinnern wir uns, es war am Anfang wirklich ein Kauderwelsch, man wusste nicht genau, wenn die Übersetzung schlecht war, aus dem Chinesischen ins Deutsche, da gab es dann doch mal ein paar Sachen, die nicht so ganz funktioniert haben. Das können wir mit einer App viel, viel smarter und einfacher lösen. Unser großartiges Team, das Sie auch an den weißen Pullis hier auf der DHC erkennen, hat wirklich in den letzten Monaten sehr, sehr hart gearbeitet und eine tolle Erweiterung der Free-to-Go-App fertiggestellt. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr Ihnen unser nächstes Projekt vorzustellen und deswegen Film ab. Ich denke, ich habe vergessen, die Testkirche. Just let me check my West, oh no, she has to wait, and I'm about to blow my date, get the app to pass the check, let's make it easy and fast, my test is ready to show, and now I'm free to go. Ja, das ist free to go 2.0 und hier ist Leo, um Ihnen alles darüber zu erzählen. Danke Matthias. Ich freue Ihnen heute sehr, die neue free to go App näher vorzustellen. Egal ob der Besuch im Kino oder der nächste Flug in den Urlaub, Corona-Tests spielen zur Bewältigung der Pandemie immer noch eine große Rolle. Wir können durch flächendeckendes und häufiges Testen Infektionsketten frühzeitig erkennen und verhindern, dass sie sich ausbreiten. Und genau das wollten wir mit free to go machen. Die Testinfrastruktur in Deutschland nimmt immer weiter ab. Meine Oma wohnt beispielsweise auf der Insel Rügen und fährt in das nächste Testzentrum fast 45 Minuten mit dem Auto. Mit free to go bringen wir das Testzentrum zu Ihnen nach Hause. Aber bevor ich viel erzähle, zeige ich es Ihnen doch am besten. Ich habe von unseren Entwicklern schon Ärger bekommen, weil das Netzwerk hier doch sehr schwierig sein soll. Aber Sie sehen jetzt meinen Handybildschirm oben ganz groß auf der Leinwand. Sobald ich mein ewig langes Kabel hier entzettelt habe, starten wir auch schon mal. Ich habe mich einmalig mit meinem Personalausweis bei uns in der free to go App registriert. Wir nutzen hier dieselben Standards in der Verschlüsselung und Verarbeitung von Ausweisdaten wie Banken in der Eröffnung von Online-Konten. Und dann kann ich es auch schon ganz einfach starten. Ich habe hier den Test von CJOY vorliegen, weil der einfach in 10 Minuten zu machen ist. Also gehen wir doch mal rein. Ich bekomme am Anfang ein paar Hinweise, wie beispielsweise Händewaschen. Das habe ich natürlich schon gemacht. Anschließend generiert mir die free to go App eine vierstellige Trust-ID, die ich auf der Testkassette aufzutragen habe. Hier kann man einen ganz normalen Kugelschreiber benutzen oder einen Füller. In meinem Fall ist es jetzt 3717. Durch den Button Weiter öffnet sich schon die Kamera und ich mache jetzt ein Foto vor der Benutzung meines Testkettes. So, und das war es auch schon. Durch den Button Weiter werde ich jetzt mit einem unserer Experts verbunden, die mich durch das Testprozedere begleitet. Wir haben hier extra die App so gestaltet, dass erst eine sichere und stabile Verbindung hergestellt wird, bevor das Testprozedere passiert, dass wir die gesamte Testung gut beobachten können. Die Person leitet mich jetzt durch das Testprozedere und anschließend startet ein 15-Minuten-Countdown. Am Ende mache ich ein Foto von meinem Ergebnis, was ich hochlade und was im Hintergrund durch unsere Experts analysiert und ausgewertet wird. Da wir letztes Jahr mit diesem Produkt in der ersten Pilotphase schon an den Start gegangen sind, haben wir viele Fragen aus Politik und Verwaltung erhalten. Wie könnt ihr eigentlich sicherstellen, dass beim Test keiner schummelt? Wir haben eine Reihe von Sicherheitsmechanismen eingebaut, um zu garantieren, dass Missbrauch hier möglichst minimiert wird. Zuerst der ID-Check. Das heißt, man muss sich mit Klarnamen anmelden und verifizieren die Ausweisdaten, damit das System weiß, wem ein Test am Ende auch ausgestellt wird. Und das Zweite ist unsere Trust-ID. Jeder Test wird vor der Testung mit der vierstelligen Nummer beschriftet. Diese wird zufällig generiert und wird nur einmalig vergeben. Anschließend durch die Fotos vor und nach der Testung sind wir in der Lage, diese im Hintergrund von der Testgassette zu entfernen und übereinander zu legen, um sicherzustellen, dass die Testgassette vor und nach der Benutzung auch dieselbe ist. Denn die Handschrift kriegt man nicht zweimal gleich hin. Zusätzlich werten unsere Experts das auch im Doppelcheck-Verfahren aus. Das heißt, zwei Personen unabhängig voneinander kontrollieren das Ergebnis. Ich bin überzeugt, dass wir dadurch Missbrauch möglichst minimieren können. Und damit zurück zu Matthias. Vielen Dank, Leo. Free2Go ist eine großartige App, mit der wir gemeinsam aus dieser Pandemie nun endlich rauskommen werden. Mit einer 1-zu-1-Videobetreuung können wir eben direkt mit Ihren Mitarbeitern oder auch mit den Personen, die einen Test benötigen, kommunizieren, diese Anleitung und wirklich so einen validen Test durchführen. Mit vielen anderen Features, wie zum Beispiel automatisierter Testverschickung, als auch zum Beispiel das Zertifikat direkt aufs Handy, wunderbaren Öffnungszeiten. Wir hatten jetzt in der Pilotphase 6 bis 22 Uhr beispielsweise, sind nur eine wenige unserer Features. Während unserer Pilotphase zum Beispiel auch kontaktierten uns viele Unternehmen, die eben vor dem Problem standen, dass sie nicht wussten, wie sie ein gutes Testkonzept aufstellen können, ohne in großes Risiko zu gehen. Gerade auch zum Beispiel das Produzieren der Gewerbe oder der Einzelhandel standen vor der Herausforderung, dass diese eben nicht ihre Mitarbeiter nach Hause ins Homeoffice schicken können, wie es vielleicht für viele Dienstleistungen unternehmen möglich war. Sie hatten dadurch eben mit einem hohen Krankenstand zu kämpfen. Und auch jetzt schon im ersten Quartal 2022 gab es eben schon einen Krankenstand laut der Techniker von knapp über 5 Prozent. Das heißt wirklich eine hohe Zahl, die Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Was aber viel schlimmer ist, knapp 10 Prozent aller Arbeitnehmer, die eine Corona-Infektion haben, gehen trotzdem mit einer Corona-Infektion ins Unternehmen und gefährden damit den Betriebsablauf beziehungsweise können die Infektionsketten dort eben dann weitergeben. Wir haben dazu aber noch ein neues Tool entwickelt, was das Ganze vereinfachen soll. Und deswegen gleich wieder Film ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit Free2Go Pro schützen Sie Ihre Mitarbeiterinnen mit ganz, ganz wenig Aufwand. Free2Go Pro übernimmt dabei auch wieder drei Kernaufgaben. Einmal der Fulfillment Service. Das heißt, Sie haben es im Video gesehen, Sie können beispielsweise auswählen, dass die Testkits direkt an Ihre Mitarbeiter geschickt werden. Keinem Unternehmen bringt es etwas, wenn an der Kaffeemaschine am Kühlschrank überall Tests liegen, die Mitarbeiter aber keine Tests machen. Sie müssen sich also nicht mehr um Logistik oder um das Verteilen kümmern. Außerdem ein Mitarbeiter-Reminder. Das heißt, Sie können beispielsweise einen Testrhythmus vorgeben, alle zwei Tage oder zum Beispiel auch für die nächste Weihnachtsfeier, die Sie jetzt als nächstes anbieten, um gezielt für ein Event zu testen. Und drittens Dokumentation und Containment. Sie haben eine komplette Übersicht über Ihr Unternehmen, können verschiedene Standorte und Teams anlegen und haben so den Stand Ihrer Mitarbeiter und auch das Testverhalten immer im Blick. Und damit zurück zu Leo. Danke, Matthias. Das Herzstück von Free2Go ist das Unternehmer-Dashboard. Hier können Sie alle Standorte, Abteilungen und Teams in Ihr Unternehmen einfliegen. Der nächste Schritt ist das Hinzufügen von Mitarbeitern, was mit zwei Klicks getan ist. Sie können einfach eine CSV-Datei hochladen, einen Anmeldelink generieren oder einen QR-Code ausdrucken und ins Büro hängen. Wenn Ihre Mitarbeiter im Free2Go Pro hinzugefügt sind, legen Sie noch Ihre Testvorgaben ein. Sie können auswählen zwischen dem Video-Chat, wo unsere Experts mit Ihren Mitarbeitern 1 zu 1 Video-Calls die Testung durchführen, oder einen einfachen Foto-Upload, wo Sie ein Foto von Ihrem Testergebnis aufnehmen. Danach wählen Sie aus, wie häufig sollen die Testungen erfolgen. Möchten Sie einen einmaligen Test wie eine Weihnachtsfeier oder wöchentlich immer wiederkehrend. Gerade vor der DHC war es uns bei Free2Go wichtig, dass keiner krank wird und nie mal jemanden ansteckt. Deswegen haben wir ausgewählt, dass sich alle Mitarbeiter täglich testen. Und dass wir im Büro kein Testchaos haben, lassen wir alle Tests direkt an unsere Mitarbeitern nach Hause schicken. So einfach geht's. Ich habe dann eine einfache Übersicht über alle meine Mitarbeitern und deren Teststatus. Aber wie sieht das denn für die Mitarbeiter aus? Lasst uns doch einmal in die Mitarbeiter-App gucken. Das ist meine. Wie ihr seht, habe ich heute noch keinen Test gemacht. Durch den Button Jetzt Test durchführen startet auch schon das Prozedere. Ich wähle wieder mein Test-Kit aus und beschriffe es mit der vierstelligen Trust-ID, um es entsprechend zu sichern. Anschließend werde ich nicht per Video-Chat mit einem unserer Experts verbunden, sondern bekomme übersichtlich eine Anleitung in der App dargestellt. Weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, Beipackzettel sind nicht gerade praktisch. Nachdem ich das Tests-Prozedere durchgemacht habe, startet auch schon der Timer, der mich am Ende daran erinnert, ein Foto von meinem Ergebnis aufzunehmen. Und das war es auch schon. Ich habe mein Ergebnis übersichtlich in der App und kann es beispielsweise am Bergstor vorzeigen. Datenschutz ist uns besonders wichtig, gerade im medizinischen Kontext. Bei uns gilt das Prinzip, so wenig Daten wie möglich erheben und verarbeiten. Dabei speichern und verarbeiten wir alle Daten, die wir benötigen, ausschließlich auf deutschen und europäischen Servern. Zudem berät uns die renommierte Datenschutzagentur Projekt 29, dass wir hier noch besser werden. Und wir haben zusammen mit dem Bitkom Vorschläge an den Gesetzgeber unterbreitet, wie man hier einheitliche Standards definieren kann. Das war Free2GoPro und damit zurück zu Matthias. Danke, Leo. Das war Free2GoPro, die beste Lösung, um Ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu schützen. Mit Free2GoPro können Sie flexibel entscheiden, wie sich Ihre Mitarbeiter in welchem Rhythmus testen und behalten so jederzeit den Überblick. Außerdem übernehmen wir die Logistik und schicken Ihren Mitarbeitern direkt die Tests nach Hause. Wir werten aber nicht nur Corona-Tests aus, sondern haben auch einen neuen Test mitgebracht, den Sie gerne auch bei unserem Stand ausprobieren können, nämlich Kombi-Tests. Wie ich vorhin erwähnt hatte, gibt es eben momentan noch eine weitere Infektionslage, nämlich die der Grippe. Hier haben wir beispielsweise einen Pen-Test, der ganz einfach angewendet werden kann, indem er einfach in der Nase genutzt wird, genauso wie der Corona-Test zusammengesteckt wird. Und hier an den zwei verschiedenen Teststreifen sehen Sie sowohl einen Influencer-Test als auch einen Corona-Test, der wirklich in einem Handgriff gemacht werden kann. Außerdem gibt es auch gesundheitsvorsorgende Maßnahmen, die viele innovative Unternehmen mittlerweile ihren Mitarbeitern anbieten. Auch hier lassen sich die Tests kostengünstig und einfach abwickeln. Außerdem bieten wir auch noch einen Covid-Antikörper-Test an. Auch diesen können Sie bei uns am Stand machen und zum Beispiel sehen, ob Ihr Impfschutz immer noch die nötige Titteranzahl hat, die Ihr braucht. Beide Varianten, sowohl Free-to-Go Pro als auch Free-to-Go, sind bereits fertig. Free-to-Go Pro wird für alle ab Mitte Dezember verfügbar sein. Free-to-Go ist bereits jetzt schon in den Startlöchern und wartet nur noch auf die Zulassung durch das Bundesgesundheitsministerium. An dieser Stelle möchte ich auch zum Ende kommen und mich trotzdem noch sehr, sehr herzlich bedanken bei der Universität Potsdam, ohne die wir hier nicht stehen würden, wo wir heute stehen. Wir hatten als kleines Startup in einem Coworking-Space mit einer Idee begonnen, wurden dort unter anderem auch von Bitkom wirklich herzlich aufgenommen, sehr, sehr unterstützt und können daher heute hier vor Ihnen präsentieren und wollen uns einfach an dieser Stelle nochmal sehr, sehr herzlich bedanken. Ich lade Sie auch gerne nochmal zu uns an den Stand ein. Wir sind direkt gegenüber vom Buffet. Kommen Sie gerne vorbei. Wir haben ein paar Tests mitgebracht, auch in die Richtung Alpen-Tests, Antikörper-Tests und freuen uns auf jeden Fall, Sie am Stand begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Schön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Matthias und Dankeschön, Leo. Das war wirklich großartig. Dankeschön. Wir schauen beim Stand vorbei. Direkt gegenüber dem Essen. Ja. Ich würde gerne auch nochmal zeigen, wie es funktioniert, wenn wir es über direktes Internet machen und nicht über das Conference-Internet. Das hat gerade leider technisch nicht ganz funktioniert. Wir fanden es trotzdem großartig. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir bleiben beim To- Wir bleiben beim To-